So ruhig geht es nicht immer zu an Thüringens Bahnhöfen. Regelmäßig wartet auf den Bahnsteigen die Polizei, denn die Straftaten in den Zügen nehmen zu. Fahren ohne Fahrschein und dann werden die Mitarbeiter beleidigt, bespuckt und angegriffen. Das betrifft zwar alle Züge, aber besonders die Strecke Meiningen-Suhl-Erfurt der Südthüringenbahn. Ich fahre auch selber die Strecke täglich. Ich kann das auch mindestens 2-mal wöchentlich, 3-mal wöchentlich bestätigen, dass wir einen Vorfall im Zug haben. Häufig sollen die Bewohner der Erstaufnahmestelle in Suhl für Schwierigkeiten sorgen. Nicht die Familien, sondern die jungen Männer. Aber das seien nicht die einzigen. Auch Menschen im Anzug mit Aktentasche, die sehr ungehobelt mit dem Personal umgehen. Der Betriebsrat der Südthüringenbahn hat Mitte März einen Hilferuf ans Land gerichtet. Heute nun hat das Verkehrsministerium Vertreter der Deutschen Bahn, der Erfurter Bahn, Abelio und der Bundespolizei zu einer nicht-öffentlichen Sitzung eingeladen. Alle verzeichnen eine Zunahme von Übergriffen, auch durch die steigenden Fahrgastzahlen aufgrund des Deutschland-Tickets. Beschlossen wurde nun, es soll regelmäßig solche Treffen geben. Außerdem hat das Land für die Strecke Erfurt-Suhl kurzfristige Hilfe versprochen. Und dort sind wir miteinander übereingekommen, dass das Land, die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die auf der Strecke unterwegs sind, da sind die Erfurter Bahn, Südthüringenbahn und DB Regio unterstützt, die Sicherheitsleistungen hochzufahren. Es gibt also Geld, damit die Security aufgestockt werden kann. Bisher fahren nur zwei Sicherheitsleute zu den Kernzeiten mit. Außerdem will die Bundespolizei mehr Streifen einsetzen. Vielen Dank.